Hallo YouTube, herzlich willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal. Ich zeige euch heute meine April Top 4 von meinen Karten-Breaks. Und zwar habe ich Flair 9091 gebraikt und zwar habe ich diese Karte daraus gepullt, eine Karl Malone Flair All Stars. Sehr schöne Karte, schöner Effekt, schöner Pop diese Karte, gefällt mir sehr gut. Gut, dann habe ich eine UEFA Champions League Football, also Soccerbox gebraikt und da habe ich eine Neymar Junior Gold 16 von 50 gepullt. Sehr schöne Karte, gefällt mir auch sehr gut. Und dann habe ich bei YouTube zwei Deals gemacht und zwar habe ich hier eine Michael Jordan 1998-99 UD Century Legends Michael Jordan Julius Irving Generations Insider. In einer MINT 9, PSA 9, sehr schöne Karte, gefällt mir sehr gut diese Karte. Und dann kommen wir auch schon zur letzten Karte und zwar ist das eine 2023-2024 Victor-Venbanjana Dondros Rated Rookie Karte in einer Nier-Mint-Mint 8, PSA 8. Sehr schöne Karte. Ja, das waren meine April-Top 4. Ich bin damit raus, da gedanke. Bis zum nächsten Mal. Bitte weiter kommentieren und abonnieren und lasst mir doch ein Like da. Peace. Ciao. 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 Ciao.